Deutschland digital vernetzt, damit wollen wir uns am 8. Juni bei unserem Fraktionskongress beschäftigen, zusammen mit Günter Oettinger, dem EU-Kommissar, mit Dorothee Bär, der Staatssekretärin im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Es geht darum, schnelles Internet in alle Häuser, insbesondere auch auf dem Land. Wir wollen wissen, wir wollen sehen, wie wir die jetzt zur Verfügung stehenden Gelder zielgerichtet und orientiert einsetzen. Es lohnt sich, am 8. Juni ab 12.30 Uhr live dabei zu sein in unserem Livestream der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wir freuen uns auf Ihren Klick.